Neue Bestzeit für Cedric Scherer im Hindernis 2. 43.087 Sekunden, damit ist der Runde eine halbe Sekunde schneller. Halb-Hinderspürsting im Hindernis 2. Runderspanns für Adil Schürr. Jetzt zurück im zweiten Hindernis und übernimmt da die Bestzeit. Wir sind gespannt, wie dieses Quellen weitergeht. Mit dem Wasserbrauch im Igelis 3. Runderspanns für Adil Schürr. Untertitelung des ZDF, 2020